Hei! Hei! Du, du, siehst du? Ja. Boah! Da bin ich ein bisschen zu Hause. Oh! Was trägst du? Ja, aber bringen wir ihn nicht. Komm, ja, ist schon geblasen Motor. Einfach schnell nach vorne fahren, damit sie nach hinten kommen. Warte, auf, tu! So. Also wenn ich einmal zügele, dann nehme ich einfach ein Zügelunternehmen und schaue, dass die nichts kaputt machen. Aber die machen völlig kaputt, die wären mal dabei gewesen. Die haben...